oh hallo und herzlich willkommen zu einer folge fps chess hoffe der ton ist nicht zu laut ja das ziel einfach wie genial schachlos wenn man eine figur geschlagen wird dann gibt's kampf krieg zoff halt war jetzt die queen die quiz natürlich super strong ja also was soll man denn da machen wird das ist jetzt auch keine keine schande ja was so okay warum uns auch immer den geschlagen weil wir noch mal dran ich habe das gesetzt äh der bank an die fliegen ich würde sagen der turm ist einer der schlechtesten ich wollte ihn schon gar nicht setzen so ein wien bist du dumm ja ich muss nur beteiligen sagen ich spiele mit einer maus die ist ein bisschen kaputt ja das ist ja ich würde ihn irgendwas habe ich gesagt aber schön ausgedichten was will man machen was will man machen ja das verlost was ist denn für eine fähigkeit so hoch springen kann naja mal schauen ich habe doch drauf gedrückt diese scheiß ich drücke die ganze zeit auf das macht es nicht weil es kaputt hat man ich probiere es mal aus wenn man dreimal e drückt dann kommt ein e raus naja gut sind zwar jetzt nicht die besten voraussetzungen aber ich denke einmal ist noch drin gibt es ein öffentliches spiel dann höchst ich eins wir sind gleich wieder auf geht's auf ein neues ja doch gut von uns die taktik wo ist das mit ihnen das war immer ein fehler im echten shop aber oh crap das war schlecht hey stand da gar nicht okay das ist schon sehr verzogen egal hmm 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 easy win brah was willst du was willst du dominant im im schach was willst du so ich werde jetzt die folge wie geht es gerade gut ich beende die folge sechs minuten rein da ja was willst du einfach was willst du die springen spricht nicht mit mir als wäre ich irgendjemand ich habe gewonnen bischof ging einfach nicht wenn ich mir jetzt erst mal ein tipp mit und sagte sie koski bis zum nächsten mal und ihr werdet mir nicht glauben aber jetzt ist meine maus alle und ich kann sich die aufnahme ich weiß ich bin das jetzt muss ich erst mal kurz kabel holen allerdings da holen ein dass da hinlegen dass da rein stecken dass da rein stecken dass da rein stecken ist das kaputt dann stecken wird auch kaputt und stecken ist da rein das geht ist dann da rein und jetzt kann ich die aufnahme händen tschüssi koski also jetzt